So, jetzt wieder Let's Play Minecraft, schon die zweite Aufnahme. In der ersten Aufnahme hatte ich komischerweise noch die Mots an. Ich hatte gestern keinen Port gemacht und ich werde morgen keinen Port machen. Deswegen spiele ich heute eine Dreiviertelstunde durch. Ja, das aber in drei Teilen noch, das dauert sonst viel zu lange. Da wir jetzt extra schon viel Zeit haben, kann ich gleich am Anfang das... Ähm, dass die neue Design auf meinem Kanal, was übrigens mega krass aussieht, ist gemacht von Woodboy Mike. Ich werde ihn hier irgendwo verlinken. Der ist echt cool, dass der das gemacht hat, alles so. Ähm, ja. Ja, es sieht auch richtig cool aus. So, genau. Und jetzt starten wir auch mit dem Let's Play. Wir haben ja wieder einen Gast, der will aber komplett anonym machen. Ha, du hast mich nicht getroffen. Au! Siehe, ich meinte, es möchte komplett an- und a- und a- und scheiße! Ähm, ja. Das letzte Mal war es ja die Horrorschlacht mit Nils und... Ja, jetzt müssen wir mal was zu essen. Der ist so scheiße, warum muss ich da rausgehen? Hör mich, äcschnisch, 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 äcschne. Du hast das eingelegt, und du hast es deswegen sterben. Yeah. So, jetzt habe ich Magenbeschwerden. Da hab ich noch scheiß drauf. Ach, ja, meine schlechten Meinungswicht für die Leifelze. Na, wir haben noch Baummil, das heißt, wir können dann pflanzen. Und ja, ich hab ne Menge Krediken gekriegt, dass ich jetzt vier mehr auf Koppel setzen soll und sowas. Und das mache ich jetzt auch gleich, ich mach ich mir erstmal ne Chest. Jetzt muss ich ja mach ich mir erstmal ne Chest, jetzt mach ich mir mal ne Chest, jetzt mach ich mir ne Chest, damit wir dann noch langsam mal das Gesammelte irgendwo unterbringen können. Ja, ich brauch' Essen und brauch' ich. Die scheiß scharfe Drop'nix, und genau von denen hab ich zu viel. Ah, aber ich kann mir ein bisschen Schummer machen. Dann lass' ich da stehen, dann können wir uns dann später. Oh, Niko. Du wirst nicht überleben. Hö, hö. Ach, shit. Na, dann gibt's jetzt Zucker. Oh. Ähm, das ging glaub' ich so. Ja. Oh. Oh, na toll, ich hab' ich jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich aus dem Hupen backen. So ein Mist, aber auch. Stimmt ja. Nomi verblödigt komplett. Oh. 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 Oh, ja, die hat gut gefrühstückt. Oh, ja, die hat gut gefrühstückt. So, jetzt komplett gesättigt, müssen wir zum Baumhaus so. Äh, nein. Müssen wir zum Baumhaus so. Müssen wir zum Baumhaus so. Äh, nein. Müssen wir zum Baumhaus so. Äh, nein. Wir haben ja jetzt 40 Minuten Zeit. Oh, gut, 41. Dahinten müssen wir dann später mal erkunden. Ja. Unser Gast hat auch nicht viel. Oh, ha, ha, ha. Äh, es schlägt nur, sauer. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ma, ha, 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 ha. Ich hab' da jetzt nicht richtig sauer. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Weil ich krieg gern aus dem Maul. Ha, 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 ha. Hm, wie ging ein Chef. Ah, ha, 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 ha so was du jetzt hier rein, die Strings Federn, das Baumeer, sehr wertvoll das heißt wertvoll bisschen ganz cooler und so dann gehe ich jetzt erstmal umsteigen auf Kommelwerkzeuge wir hatten doch haufenweise, ach ja stimmt, die musste hier die hat mir ja der Creeperinteressen als er explodiert ist wo sind meine Sticks? was? ich hab doch voll viel haben die schon ziemlich leidert und ich bin ja, oh nein, weil nicht es verdunkel ach oh doch, es wird dunkel, aber nicht mehr noch schnell ich bin halt hier von mir an da naja, müssen wir die nach durchmachen, aber die können wir ja durchmachen, wir haben Zeit so, dann verpiffe ich mich gleich, bevor das hier die zweite Horrorschlacht mit mir und ... warum kriege ich einen in die Fresse, wenn ich ... sag? Aua! Aua! Scheiße! was soll ich ganz mit dir sagen? Aua! okay, ich sag's, ich nenne mich jetzt Schlägertyp Schläger S ach was ihr werdet wenigstens wenn ich jetzt playe kann ich nie werden so, dann machen wir uns jetzt eine Spitzhacke um genau zu sein 2, damit wir Koppel abbauen können damit wir dann wiederum noch bessere Werkzeuge machen können und die Etage ausbauen können ich hab etwas Holz, die muss in die ... nein, nein, nein! ich gebe jetzt bestimmt nicht raus was können wir jetzt noch machen, wir schreiben hier auf meinem Blog aha ja, hab ich schon, ja, der Streit mal größer lang gemacht ist hab ich schon das machst du jetzt ah, ich hab mich grad jetzt erst durch viel Koppel zu au au das hab ich noch nicht gemacht, das kann ich auch streichen warum steht hier noch? zähnt ach Nils, er wollte die aber doch hier auch so beinteilen und so ein Scheiß na das hier muss ich noch Ofentruhe, Asso-Truhe kann ich schon mal streichen Koppelwerkzeug, Steinwerkzeug und die Etagen ausbauen hier steht noch, ich kann noch viel reden, aber ich hab ja schon ziemlich viel gesagt beim Netzinfo ja, ich hab jetzt übrigens wieder neu wegen dem Intro, wegen der Intero Sache angefordert, weil weil, ähm ah, ich weiß, wo meine Stich sind oh, schockt mal, 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 mal mal, mal schlitz ich stecke mir viel nach willst du das Kissen haben? ach, shit ach, shit ach, genau, weil der nicht geantwortet hat eigentlich habe ich parallel, wenn ich in Minecraft rumlaufe hab ich so zu 40 Fackeln und 40 vielleicht ach du scheiße, ich kann ja jeder frei na gerade mit dem Deck komplett auslust ich mal so mit 40 Fackeln und 40 Leiter rum falls ich mal die falls mich die Lust packt und nicht die ja, ich weiß, dass man dann zum Wasser braucht ich bin ich total entschuldig ich hab das nur nur das Fete in mein Land kann ich schon mal einen Plan machen für das nächste ne doch 35 oh, ist toll, jetzt hab ich mein Cooli nicht mehr ah, es geht auch nicht weil mein Mensch bekommt keinen Hunger mein Leben dann kommt der Fall und hört in diese verdammte Spinne auch natürlich hört ihr die Spinne scheiße, ich hab Angst, was ist ich bin es ist nur ist ich bin 80 ich bin ich bin ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Stinke Finger oder Mittelfinger so als wenn wir das fertig haben, bauen wir das aus und dann zum Schluss die das hier oben wird in den Nutzraum, weil wenn ich dann Wasser einmal habe, wo ich das hier unten weg kommt hier Wasser hin, dann mache ich hier drum getreide und hier so Treppen und dann Leit und hoch, damit das hier schön wachsen kann das hier wird dann eher Freizeit und so, und die Kollegen habe ich die zwei miteinander verringert weil die auch so ineinander wachsen nur dann so halt räumlich abtrennen aber die auf einer Fläche sind Scheissperner, halt die Fresse Alter, Maul! Ja, diesmal habe ich das Motto, einen Tag, einen Part nicht so eingehalten jetzt ist es einen Tag, drei Parts ja, weil ich Sonntag halt mein Rubel genau, machen wir es gleich so, dass dieses Motto, einen Tag, einen Part für die Woche komplett gilt ja, der kommt von Ihnen weg und das, äh, dass ich am Freitag, Samstag und Sonntag entweder gar nichts mache das irgendwie hin schuften oder nur zwei Parts oder nur ein oder halt ich für zwei, also Freitag, Samstag und Sonntag ist du mit dir selbst ja, ich habe das gestern, ich hätte das gestern gerne einen Part gemacht das das heute nicht so ist, aber gestern war ja, ach du Scheisse, ein Creeper Scheisse, Scheisse, hier seht ihr wahrscheinlich nicht und nur die Spinnen entdeckt, der Creeper hat mich nicht Scheisse Fuck, fuck, fuck ach du meine Güte, die Meister versammelt sich rein so Höhe, die kann ich nicht, ich kann es ist mir gerade, ob ich jetzt gerade noch mein Feld stehen ich weiß, dass ich immer da richtig genug hab und wird bald mal wieder Tag wo finden wir den Moment, wo bist du denn der Arsch und, warum nicht so lange naja, ich hätte es gerne gemacht, aber gestern war Feuerwehr die Freien und und da wollen dann nicht mehr zumute nachdem die Streiterschneider in seiner Info für 2 3 was haben wir sicherlich so aufstand die Jemanden streiken, wir wollen streiken gegen M.O.T. gegen M.O.T. Ja, ziemlich langweilig. Es spielt mit Yamanji. Scheiße! Komm, geh weg! Jetzt krieg ich schon ein Kissen über die Ohren! Alter, hier ist ein Computer, Mann! Jetzt verpisst sie sich! Komm zurück! Ich sag auch nichts mehr! Also, danke! Oh ja, es ist morgen graut! Dann lass mich die Spinnen ruhig! Aber das Schwert halt auch nicht mehr so lang! Ja! Ja!